Freunde des Unboxings, es ist wieder soweit. Entschuldigung schon mal für diese Aufkleber, ich habe das jetzt einfach abgeklebt, weil da mit einem Edding immer rübermalen ist mir alle zu viel Verschwendung. Gut, könnte man jetzt hier auch sagen, aber ich habe hier noch von dem Klebeband. So, wir haben hier auf jeden Fall ein sehr dünnes Paket. Geht euch das mal an? Krass, ne? Und da weiß der ein oder andere vielleicht eventuell schon, was es sein könnte. Mann, Schärfe. Entschuldigung schon mal dafür. Ach Mann, das Ding kriegt man einfach auf. Ja, ich mache das jetzt auf mit euch. Ich muss natürlich jetzt gucken, wie ich das hier mit der Kamera irgendwie hinkriege. Deswegen kurze Pause. So, aber ein bisschen Musik könnten wir ja machen hier, wa? Wir nehmen natürlich unserem Freund das Cuttermesser und schnippeln schön hier auf. Ich glaube, das reicht sogar fast schon. Oder was ist das für ein Öffnungsgrad hier? Mir müsste eigentlich reichen. Ich muss natürlich kurz mal reingucken. Ich kann sagen reingucken, aber nicht, dass da jetzt noch mein Name irgendwo steht. Ist aber anscheinend nicht so. Paketchen ist leer. Ja, ihr wisstet. Ihr kennt das. Ja, muss man ja nicht immer so machen wie sonst immer. Wir machen es heute mal anders. Und da haben wir schon unsere kleinen Dinger der Begierde. Alter, vor allen Dingen voll viel kommt einem das vor. Wow. Yeah. Und das ist von meinem Felgendealer. Sehr geiler Typ auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, es ist voll schnell angekommen. Also ich glaube, in Binnen von zwei Tagen war das da. Geil. Und der hat es auch so gepackt. Eine Charge praktisch und die andere Charge oder wie man das nennt. Und nicht alles eben zusammengepackt. Ich bin natürlich jetzt gespannt, ob alle dabei sind. Aber ich glaube, so wie das aussieht, ja. Geil. Seht ihr das da schon? So ein bisschen, wa? Er hat sich Wheelriders bestellt. Geil. Jawohl. Endlich wieder mal Wheelriders. Geil. Und hier sind diese mit der roten Umrandung. Ja, ich stehe zur Zeit voll auf diese Felgen. Das hat mir Manu glaube ich angetan. Diese, seht ihr die? Um die Schärfe mitspielen würde. Man, immer dasselbe Spiel. Alter, ihr kriegt die Krise. Die schmeißt dieses Handyball in die Wand, ey. Ich zeige euch das gleich nochmal richtig. Es ist ja auch nicht so viel äh, 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 verschieden ist. Sondern es sind eigentlich, ähm, ich packe die jetzt hier einfach mal hin. Es sind ja viele, äh, wie sagt man es? Gleiche Felgen. Äh, wie kann man das am besten erklären? Also, zehn Sätze sind es jeweils. Und sechs Stück von diesen hier praktisch. Wäre natürlich schön, wenn die Schärfe jetzt hier mitspielen würde. Ähm, also sechs von diesen silbernen schönen Dingern hier. Ich finde die echt geil. Was man hier aber bemängeln muss. Es ist immer eine gute Achsenlänge, also eine Größe. Eine gute, äh, so eine ganz schön und ich glaube auch, die sind alle immer ziemlich gleich von der Größe her. Also hier gibt es nicht so die Unterschiede wie bei den Hot Wheels Dingern. Ähm, wie machen wir das jetzt hier am besten? Das sind diese gelben. Also, ich habe mir so eine gelben bestellt. Denn, wie gesagt, sechs Stück von diesen, von denselben, von den silbernen. Sind die hier kleiner? Nee. Hat alles dieselbe Achsenlänge. Ähm, so. Dann habe ich diese weißen. Ich zeige die euch gleich nochmal, keine Angst. Hier nochmal, Silber. Die habe ich mir auch nochmal mit dazu gestellt. Was heißt, auch nochmal? Ähm, nur einmal, um sie eben zu testen, wie die aussehen. Und das sind eigentlich dieselben, wenn ich mich nicht ganz irre. Wobei, sie sehen ein bisschen anders aus. Das ist ein minimaler Unterschied, auf jeden Fall zu sehen. Hm. Könnt ihr das irgendwie sehen? Sind im Groben, sehen sie ein bisschen sich ähnlich, aber man sieht schon noch ein bisschen einen Unterschied. Das ist cool. Äh, fürs nächste Mal. Mal sehen. Der Mann hat auf jeden Fall einen Haufen Felgen. Also, wer gerne, äh, ja, da auch was bestellen will. Ich weiß nicht, ähm, nee, ich will das jetzt nicht öffentlich machen, oder so. Auf keinen Fall. Ähm. Nee, ihr müsst da selber rausfinden. Ich weiß nicht, wie man das sonst machen soll. Ich will hier auch nicht eine Adresse einfach weitergeben. Das, äh, will der vielleicht auch nicht, der Mensch. Ja. Stell dir mal vor, wenn jetzt hier, weiß ich nicht, angenommen, 500 Menschen das gucken und mich gleichzeitig sogar noch anschreiben. Ey, da kriegst du ja alleine, also, da krieg ich ja schon die Krise und wenn die den dann anschreiben, dann der auch. Also, nee, das kann man wirklich nicht machen. Da müsst ihr euch einfach schlau machen. Ich kann nur sagen, ja, bei den altbewährten Plattformen kicken, ist auf jeden Fall aus Deutschland, nicht aus Chinaland oder mal Malaysia. Klar, letztendlich kommen die daher. So, was haben wir hier? Ähm, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sätze von diesen. Jawohl, hat er richtig gemacht. Er hat mir das ja auch alles nochmal gezeigt. Also, geiler Typ auf jeden Fall. müsste man eigentlich weiterempfehlen können. Was ist hier schon wieder mit der Schärfe, Mann? Äh, holy moly, Alter. So, wie gesagt, dann hab ich mir von diesen, das sind nämlich eigentlich dieselben Felgen, nur, dass sie eine andere Farbton haben. Ey, ich frage mich wirklich, wozu hat dieses Handy hier diese Schärfeneinstellung, wenn es immer wieder weg geht? Was soll dieser Blödsinn? Also, iPhone, was hab ich hier? iPhone 4 oder sowas. Vielleicht kennt sich ja einer damit aus, vielleicht gibt es hier eine interne Einstellung, wo das immer einfach auf scharf gestellt ist. Keine Ahnung. damit ich hier langsam mal nicht mehr so eine Krise kriege. Oh, hier muss ich aber meckern. Hier ist irgendein Riss in der Felge drin. Ah, was ist denn das? Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Ich weiß nicht, ob ihr das da sehen könnt. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, mehr Licht. Ist ja nicht eh. Mann, 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 Alter. Da oben, da ist so ein kleiner Riss. Das ist eigentlich eh nicht so schön. Aber gut, können wir auch noch drüber hinweg sehen. Auf jeden Fall sehr schöner Stil hier, diese weißen. Auch Tiefbett. Und mit dem goldenen Ring drumherum. Schön, schön, schön. Oh, ich sehe so, ja, die sind wirklich kleiner als diese. Krass, also die Achsen. Die Achsenlänge ist kleiner. Seht ihr das? Ja. Das ist ja auch geil, schön zu wissen. Dann müssten die grün eigentlich auch so sein, war? Ja, die grünen sind auch so. Okay, alles klärchen. Auf jeden Fall hier grün, schön mit einem weißen Streifen drum. Geil, gefällt mir auf jeden Fall. die Dinger also die sind auf jeden Fall kleiner. Und die sind auch ein bisschen kleiner, so wie das aussieht. Habe ich jetzt alle gezeigt, ja, ne? Ich glaube ja, das sind die, die ich mir am meisten bestellt hatte. Man muss auch dazu sagen, die waren günstiger. Das sind sozusagen in denen seine Kategorien Standardfelgen. Und diese Dinger, die kosten halt ein bisschen mehr. Also die farbigen und diese Dinger hier kosten eben mehr. Aber, wie gesagt, das lohnt sich echt. Also das hier ist zum Beispiel auch sehr geil. Ein gelb, wow. Also wenn man den Nissan hier diese gelben Felgen ranballern würde, das wäre bestimmt auch nicht schlecht. Kann man das irgendwie eventuell mal so irgendwie zeigen hier? Sieht man da was? Könnte ich ja eigentlich jetzt gleich mal machen, warum nicht? Wobei auch diese weißen würden da auch geil aussehen. Oh, seht ihr mal? Das macht Spaß, das macht Spaß, das ist geil. Ich merke aber auch, ich habe hier so eine blöde Sitzhaltung schon wieder. Ich habe voll die Rückenschmerzen gerade. Das gibt es doch ja nicht. Das gibt es doch alles ja nicht. So, die passen hier auf jeden Fall sehr, wie sagt man, eng rein, sodass es fast sich nicht mehr rollen lässt. Doch, geht noch. Das checken wir mal ab hier. jetzt sieht man gar nicht so schlecht aus. Aber, ja doch, es rollt noch. Aber gut. Besat, ich habe jetzt hier einige zum Testen. Wir machen kurz mal die grünen hier rauf. Oh, die sind ein bisschen Minimal breiter, verstehe ich jetzt zwar Ah ne, das kommt ihnen nur so vor Ey ja, das sieht ja auch geil aus Wow Holy moly, Alter Sieht man überhaupt hier was? Ich glaube, ich muss das so mal Muss mir das Licht direkt vor der Nase Scheppern hier, ey Auch richtig nice Oh, cool, ey Wow Also, was so eine Felgen auch gleich ausmachen Ihr habt es ja gesehen, was vorher drauf war Was so eine Felge gleich ausmacht Unglaublich Also wirklich Deswegen, ich verstehe das auch Mit den Preisen, ja Klar, aber letztendlich ist es nur Wegen diesem Gummi da drumrum Ähm, die Felge an sich Das kostet alles nicht viel So, das wäre Mein Favorit auf jeden Fall Hier diese gelben Das sieht bestimmt ganz geil aus Boah, Alter Holy moly Holy moly Yeah Oha Na, dit ist doch wat Ey, Klobe, ich hab meine Felgen gefunden Der Felgenfuchs hat seine Felgen gefunden Wow Also, jetzt hätte ich nicht gedacht Dass so Farben auch so was ausmachen Ja, wenn man die Felgen so sieht Denkst du dir Ja, was soll ich mit gelben Felgen Äh Das geile ist Da das ein Zemeck Car ist Beziehungsweise so Aluminium eben Kannst du eben jede Farbe hier kombinieren Also Hier ist Den steht wirklich jede Farbe Würde ich mal behaupten Anders ist es Wenn du jetzt Ja Ein farbiges Auto hast Da muss man dann eben schon wieder abwägen Welche Farben man nimmt Aber das hier Gefällt mir schon mal sehr gut Ich glaube die anderen brauchen wir jetzt erstmal gar nicht rauf machen Wir kicken uns lieber jetzt zusammen Also die Originalfelgen hier Beziehungsweise die ich da rauf gemacht habe Die bleiben erstmal weg Ähm Ich packe das kurz ein Oder beziehungsweise Ach, ich lasse es liegen Kurz mal Pause Ja wie gesagt Finde ich super geil hier Die gelben Und ähm Ja Ähm Mit diesen hier Wo ich ja so viele habe Die werde ich auf jeden Fall auch farbig sprühen Ne Teilweise Einige lass ich so Einige werden auch farbig Deswegen So viele Aber die hier Da ärgere ich mich jetzt schon gerade ein bisschen Dass ich davon nicht wirklich mehr bestellt habe Weil die sind wirklich auch geil Die gibt es auch in dem Standardton Silber Und die könnte man sich auch denn selber lackieren Wie man es will eben Und das sieht immer echt geil aus oder Diesen Gelb ey Hammer Alter Ich finde das gerade voll geil Voll geil ey Holy Moly ey Ah So Ah Ihr seht Ich freue mich auf jeden Fall Hat sich hier lohnt Und ich habe ja schon das zweite Mal jetzt bei ihm bestellt So das hier sind alles weiße Genau wo ich auch dachte Äh Hol einen Haufen von den weißen Dann kannst du die in mir auch schön umlackieren Und der Rest sind diese Schwarzen Die sind eben auch teurer Bloß weil dieser rote Streifen da Am Rand zu sehen ist Kann man das irgendwie sehen Blöde Frage Aber Mann Keine Ahnung ey Ich brauche wieder meine Ich brauche wieder eine Digicam Äh Ehrlich Meine Digicam Ist 10 Jahre alt gewesen Oder 12 Mit 10 Megapixeln nur Und die hat aber wirklich geile Aufnahmen gemacht Finde ich Und ja Auch mit dem Ranzoomen und so weiter So die Dinger Wie gesagt habe ich 4 mal Ne 5 mal so ja Ne Quatsch Äh Doch 1 2 Mann Ich kann nicht mal mehr zählen Ich bin ja richtig geflasht gerade Alter ihr lieben Freunde Ha 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 Dann war nochmal eben so ein Satz Hier haben wir noch einen Und noch ein Und noch ein Und noch ein Ach so viele habe ich mir davon geholt Ist ja krass Ich wusste das jetzt gar nicht mehr ganz Stimmt Ich hab Ja Naja da habe ich mich auch ein bisschen treiben lassen Sagen wir mal so Oder es ist falsch Ich weiß nicht genau Müsste ich nochmal gucken Ja Und ich hab mal ganz kurz hier Schon mal spontan Mal gekickt Wie das aussehen würde Wenn man den auch wirklich original lässt Diesen Nissan Ihr wisst ja Ich bin ja voll der Nissan Fan Irgendwie Ja Wäre nicht Äh Wäre auch geil Einfach weiße Felgen drauf knallen Und man sieht auch wie Was das gleich ausmacht Solche Felgen Einfach nur geil ey So das sind wie gesagt Diese weißen Felgen Von denen ich eben Im Haufen Also Wir müssen ja nicht Alle jetzt hier auspacken Das Video dauert jetzt eh schon zu lange Ähm Es sind auf jeden Fall auch Ich glaube Sechs Sätze von den weißen Und Von diesen mit den roten Mit der roten Umrandung Ähm Fünf Sätze Oder was ist das Eins, zwei, drei Warte mal Eins, zwei, drei Vier Sätze Es sieht mehr aus Als wie es immer ist So ne Also vier Sätze von diesen Die auch eigentlich Ganz geil sind Ich will das jetzt noch mal Kurz auf die Karre probieren Mit euch Ja Warum nicht Oh Mann, Mann, Mann Sorry wenn das jetzt da Ein bisschen Keine Ahnung Was So Ah Mann Sorry Hä Wie gesagt Äh Dieses Stativ hier Ist auch nicht das beste Ähm Ich wollte jetzt ganz kurz Mit euch hier Das probieren Nochmal Also die gelben Sind eigentlich hier Meine Favoriten Muss man mal Ehrlich zugeben Wobei mir die in Silber Nicht so gefallen haben Da sahen die irgendwie So Naja Aber in Farbig Kommt die voll geil rüber So Ich probier jetzt ganz kurz mal Versuch das hier schnell zu machen Äh Die weißen Felgen hier rauf Ja Man nennt mich Felgenfuchs Ich weiß Der Name ist aber Den hat mir Steffen hier eben Ja Steffen Bose Mein Freund Hier Oh Das sieht auch geil aus Alter What Ey Das ist Cool Und ihr seht Wie man einen Menschen Zur Ja Ich sag mal Zur Freude bringen kann Ist ja abgefahren Und ich hab mir die auch Wie gesagt Geholt Um sie denn Eventuell zu lackieren Weil ich mir dachte Weiß ist eine gute Grundfarbe Wo man rüber sprühen kann Im Gegensatz zu Vielleicht Silber Sieht ganz geil aus Kann man jetzt nicht meckern Glaube ich wahr Aber Es ist Nix gegen die Gelben Also die Gelben sind Bis jetzt Mein Favorit Und unschlagbar Eigentlich schon Ich probier jetzt kurz Diese schwarzen Uh Und da waren sie schon weg Kurz mal die schwarzen Raufgeballert Hier für euch Oh Und der war auch weg Ja dann toll Die rollen auch so schön weg Weil mein Tisch Oder irgendwas ist hier schräg Meine Wohnung Oh und so sieht es in schwarz aus Hier fällt mir aber Schon mal gar nicht Jetzt so Wobei es auch irgendwie gut kommt Der Kontrast Mit dem Innenraum Ne Kommt auch gar nicht schlecht Fakt ist Rollen tun sie super Geile Nummer Was ich immer dann blöde finde Warum die Ja ich weiß nicht Wer das herstellt Aber es sind ja anscheinend Nachgemachte Ähm Es sind auf jeden Fall Nicht originale Hot Wheels Oder so Und selbst Hot Wheels Hat das auch nicht Dieser Dieser Punkt da Ihr seht Was ich meine Diese Achse praktisch Die Achse Warum sie das nicht Gleich in schwarz färben Das verstehe ich nicht Gut bei den Gelben Wäre das jetzt Ein bisschen doof Die müssten sie halt In gelb färben Aber bei diesen Zum Beispiel Schwarz Gut bei den Silbernen Wäre das auch blöd Guck mal bei den Silbernen Passt es sogar Da ist jetzt Silber Ne ganz klar Ähm Das gefällt mir jetzt Aber auch nicht ganz so Ist nicht so knallig Vielleicht ist man aber auch Gerade verwöhnt Von diesen gelben Felgen Weil die sind wirklich Echt geil Ich will jetzt mal Diese speziellen Hier drauf machen Von denen ich auch Nur eine Version habe Wo sind Wo ist die andere da Ähm Ja wie gesagt Um sie eben Einfach mal zu sehen Um zu testen Wie es aussieht Vielleicht hole ich mir Noch mehr von dem Typen Also denke ich mal Auf jeden Fall Er ist einfach nur geil Und hat einen guten Preis Oh das sieht auch geil aus Eieieiei Haha Holy moly Alter Yeah Ihr seht's Ist schon ganz geil Krass Krass ey Ehrlich mal Was so Felgen ausmachen Zeig ja immer wieder Hallo Schärfe Oh ey Was ist das hier schon wieder Mann Ich krieg die Krise Alter Ehrlich Also Ja so geht's Ich glaub man muss Erstmal peilen Wie man das mit Ja wie man Das hinstellt Und so Weil so ist ja Die Schärfe Glaub ich ganz gut Sieht auch ganz geil aus Kann man nicht meckern Ist schon schick Aber ich würde sagen Ich bleibe bei den Gelben Felgen Die fallen mir hier Wirklich am besten drauf Und ich wollte gerade noch sagen Ist mir nämlich auch gerade Eingefallen Aufgefallen Ähm Wenn man den Innenraum Jetzt auch noch gelb machen würde Alter Schwede Dann wär das eben So ein Schmankel Oder wie man das nennt Ne Weil das äh Bringt den Power Dann überhaupt drüber Find ich Wenn das ist gelb Innen wäre Uhuhu Aber komm Wollen wir mal nicht übertreiben So ist es auch schon Ziemlich geil Wow Ich glaub die Die Aufnahme War überhaupt nicht An Ich hab die ganze Zeit Gequatscht Und das Ding war nie an Ey Ich glaub es nicht Ja Lange Rede Kurzer Sinn Ähm Ich find die am besten Die Felgen Und So bleiben sie auch drauf Und damit sag ich Auf jeden Fall Verlange hier noch Hier das Video Viel Spaß beim Ja Gucken Und vielleicht beim Nachmachen Und ich hab's ja gesagt Die Felgen kann man Schön umfärben Man muss natürlich Diese Schlappe hier Also den Gummi Äh Versuchen Ganz Leicht abzumachen Das geht aber Auf jeden Fall Und dann kann man die Eben auch schön lackieren So gut Lange Rede Kurzer Sinn Mann 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 Viel zu lange alles Rinn gehauen sag ich Der Felgenfuchs Hat zugeschlagen Grüße ihn rüber Prüsen Tschö Tschö